Hallöchen, hier ist wieder Kyoko und wir sehen uns heute wieder bei dem Kampf, den wir beim letzten Mal Sonic Battle unterbrochen haben, weil die Zeit einfach so davon gerast ist. Und ich schaue gerade kurz, was ich mir am besten einstelle. Okay, ich glaube, ich nehme es wieder so. Nein, ich nehme diesmal aus der Höhe diesen Blaster. Und stürze mich in das Kampfgeschehen gegen diese beiden E-102-Klone, die es mir hoffentlich diesmal etwas leichter machen. Wie ihr seht, ich habe wieder normalen Speed im Game. Wow. Ich musste letztendlich tatsächlich meinen Visual Boy Advance nochmal deinstallieren, beziehungsweise neu installieren. Ich habe jetzt einfach nur mal zweimal den Visual Boy Advance draufgelassen, weil wenn ich Game Boy Color spiele, muss ich ihn wieder umstellen und dann will ich mir, ah Mann, nicht wieder meine Einstellungen versauen. Also jetzt den einen Visual Boy nur noch für Game Boy Color spiele und Game Boy spiele und den anderen für meine Game Boy Advance. Let's play's. So, choo choo. Ha. Jetzt hat das Vieh sogar erwischt. Okay, der eine ist unempfindlich. Na, kommt. Ah, das macht uns nichts aus. Wir sind ja schnell genug und... Ah, jetzt erwischt es sie beide. Uh, und beide auch gleichzeitig gestorben. Okay. Weiter geht's. Autsch. Autsch. Das war blöd. Ich sollte wirklich aufpassen. Ich sollte wirklich aufpassen. Und in vielen Leben haben wir... Oh, auch nicht mehr. Und jetzt hat mich im Erd allein gelassen. Aha, wäre doch gelacht, wenn ich die Beine nicht alleine totkriege. Wenn ich mich nicht so blöd anstelle. Hallo? Okay, du heizt dich gerade. Bist du gerade gegen den Schutzschirm, finde ich? Ja, okay, dann hast du schon verloren. Jupp. Ach, jetzt kannst du ruhig nochmal draufgehen. Macht es nichts mehr aus. Und wir haben wieder die Typhoonkarte bekommen. Nichts Spannendes. Fähigkeitspunkte wurden um einen erhöht. Und jetzt kommen wir hier offensichtlich weg. Nichts wie weg hier! Gut, hey, du hast deine Information. Nein, hier wollen wir uns nicht nochmal aufhalten. Hey, ich wollte zurückgehen. Ja, hier ist gar kein Fight zum Zurückgehen. Also müssen wir, glaube ich, zur Kreuzung. Mhm, schon, ja, doch. Wir müssen zur Kreuzung. Okay, okay. Ah, schon wieder. Ich habe es doch gewusst. Genau deswegen wollte ich nicht zur Kreuzung gehen. Nein! Wir sind von den Roboterwachen umzingelt worden. Ziel geortet. Ziel geortet. Ja, ja, diese Spannung. Okay, das Gleiche wie immer. Und weiter geht's. Was könnte ich denn diesmal während der spannenden Kämpfe erzählen? Vielleicht, dass ich bei meiner Zeit, die ich nutzen konnte, um weiter Sonic X zu schauen, während mein Internet lahmt, wenn es überhaupt mal richtig funktioniert, bin ich auch zu den Folgen mittlerweile gekommen, in denen, ah, nein, MR vorkommt. Und storytechnisch ist das echt was ganz anderes, als es in Sonic Battle ist. Er ist also komplett eigen. Da hat MR auch seinen Namen schon von Anfang an. Und er lautet auch genau so, wie Sonic ihn eigentlich im Game genannt hat. Und Eggman hat einen kleinen, lästigen Roboter im Anime, der eigentlich ganz süß ist. Heißt Bokun und der hat ML gefunden. Was eigentlich auch nicht ganz passt. Und das ist wirklich mit dem Spiel gar nicht zu vergleichen. Bis auf die Tatsache, dass ML diese Copycat-Fähigkeit hat. Das war ganz interessant mal zu sehen, wie das, wow, gedacht ist aus MLs Sicht, wenn ML eine Attacke kopiert. Ja, und dann wollte ich eigentlich noch weiterschauen, bis ML mal anfängt zu sprechen, aber so weit bin ich nicht gekommen. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn betonen oder ähnliches soll. Hey. Ist aber ganz süß, dass im Anime sich ML mit Cream angefreundet hat. Das hat mir wirklich echt sehr gefallen und ist auch ganz süß. Ja, sterb doch endlich. ML? Okay, gut. Alles in Ordnung. So, lass dich in die Höhe schnippen. Na los? Ey. Tats, treff doch mal. Kannst du... Ah, doch sonst auch. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ja, und ich könnte euch eigentlich noch sehr viel darüber erzählen, wie ich mich mit meinem Internet zurzeit drum ärgere und Vodafone, aber... Oh, schon wieder der Taifun. Das möchte ich euch echt nicht antun. Ich habe so viel Ärger mit denen gehabt, dass... Nein, das fasse ich nicht in Worte. Es ist echt nicht schön. Und meine Let's Play sollen ja fröhlich und heiter sein und Spaß machen. Und wenn ich über gewisse Internetanbieter fluche, wird das keineswegs mehr der Fall sein, denke ich. Okay, weiter geht's. ML, bist du okay? Hier sind zu viele Wachenroboter. Wir müssen einen anderen Ausweg finden. Lass uns per Holy Summit in Emerald Town zurückkehren. Wir können den Highway nehmen. Folge mir. Okay, Holy Summit, da ging es... Toll. Holy Summit, da geht es genau hier hoch, aber... Jetzt muss ich am Highway nochmal kämpfen. ML, hier entlang. Hier entlang, hier entlang. Wie sollte es auch anders sein? Am Highway trifft man normalerweise öfters oder eigentlich immer Shadow. Shadow, was machst du denn hier? Sieht aus, als hättest du rausgefunden, was ML wirklich ist. Ja. Wieso zerstörst du es dann nicht? Du musst es zerstören, bevor es alle Chaos Emeralds gesammelt hat und seine wahre Kraft nutzt. Shadow? Es besteht kein Grund, vergangene Tragödien zu wiederholen. Niemand sollte dasselbe durchmachen müssen wie ich. Aus dem Weg. Ich mache es fertig. Shadow, du hast meinen Respekt, aber ML ist unser Freund. Wenn du einen von uns angreifst, dann werde ich alles tun, um ihn zu beschützen. Hm, sieht aus, als würdest du es nie verstehen. Seine Schöpfer werden niemals wissen, was ihre Kreaturen fühlen. Ja, Shadow ist, was sowas angeht, immer mal ein bisschen Emo. Wird man in Sonic Adventure 2 Battle zu Genüge kennenlernen und es setzt sich auch ganz, ganz lang noch in Sonic Heroes fort? Oh Mann. Das war kein guter Start. Gewiss nicht. Bis es zu diesen Let's Plays kommt, wird es, glaube ich, noch ein bisschen bei mir dauern. Obwohl ich wieder angefangen habe, meinen Grabber zu testen. Und er scheint echt einigermaßen zu laufen. Also ich hatte jetzt das Problem mit den Lacks und so weiter aus dem Weg geschafft. Nur habe ich keinen Sound. Und das ist echt sehr, sehr ätzend, weil die Spiele sind ein absolutes Klangfest für die Ohren. Das lässt sich doch mal erwischen. Und naja, okay, wenn ich die Aufnahme abspiele, ist der Sound da, aber ich mag es echt nicht ohne Sound spielen. Das ist so, weiß nicht. Mag ich echt nicht machen. So, erfreue dich weiter den Choo-Choo's. Und ich bin erstaunt, dass Shadow seine komische Energiekugel gar nicht einsetzt. Mal gucken, wann die gleich kommt. So, ich schnippe dich erstmal noch ein bisschen umher. Und dann kriegst du wieder normale Drasche verpasst. Von dem, was ich mittlerweile so sehe, scheint ihm er echt nicht mehr allzu schlecht zu sein. Es kann aber auch sein, dass es nur daran liegt, dass er irgendwie im Computer-gesteuerten Modus besser vorankommt. Okay, Shadow, nur noch fünfmal. Und wehe, du willst dann eine Revanche. Obwohl, wenn wir dich jetzt gleich am Anfang schon zehnmal treffen müssen, beziehungsweise besiegen, dann wirst du bestimmt keine Revanche einfordern. Ah, da ist die Kugel. Diese Kugel ist sehr nervig. Die folgt Shadow jetzt nämlich die ganze Zeit. Und wenn man getroffen wird, dann tut sie einem ganz schön weh. Aber gerade hat sie mich nicht gekillt, sondern Shadows, komische Energieattacke und Eiter. Das kann auch nicht. Nein? So, bist du gerade Chuchu empfinde ich? Nein, du bist gerade draufgegangen. Schön im Erl. Oh, und gleich nochmal draufgegangen. Schön, und mein Schuchu kann ihn jetzt auch platt machen. Ich räche dich! Los, dir zu, dass du... Los, explodier doch! Schön, und der letzte Kill geht dann ehrenhaft ohne Special Attack. Oder auch nicht. Ach, der Igel ist einfach zu flink. Na, los. Ha, und gut. Ist. Ja, Tills, du musst wirklich etwas... ähm, stärker werden. Strenger wollte ich schon sagen, oh man. English Pale. Ja, eine Shadow-Karte. Schön, schön. Fähigkeitspunkte wurden um eins erhöht. Ha, 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 ha. Lasst uns spielen, lasst uns spielen. Ha, ha, dein Pater ist gar nicht schlecht. Was? Oh, okay, okay, stopp. Rouge. Roboterwachen sind auf dem Weg. Wenn ihr zwei nicht gefangen werden wollt, rate ich euch. Shadow, was machst du da? Du weißt doch, dass du noch nicht fit genug bist. Ich habe mich nicht besonders verausgabt. Natürlich nicht, Shadow, natürlich nicht. Ja, ja, wie auch immer. Und das klang schmerzhaft. Du bist ganz schön stark gebaut. Jetzt lasst uns gehen, wir dürfen keine weitere Zeit verschwenden. Also ich glaube, Rouge hat Shadow gerade ganz schön fies gepokt. Wenn er so geknurrt hat, sicherlich. Rouge. Und Zwinker, bis später. Oh. Und da geht sie auch schon mit, Shadow. Was? Hat sie uns gerade herausgeholfen? MR, beeil dich. Wir müssen Sonic und Knuckles erzählen, was wir über dich herausgefunden haben. Beeilung, beeilung. Wir müssen jetzt nur noch die Roboterwachen vor dem Büro kaltstellen. Dann können wir zum Holy Summit fliehen. Oh Mann, 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 Mann. Okay, soll das dann da oben das Büro sein? Tatsache, Office. Ziel geortet, Ziel geortet. Okay, MR, lass uns gehen. Los, los. Schön, aber MR spricht jetzt auf jeden Fall etwas mehr. Obwohl er gar nicht so wirklich irgendwas Großes oder Spezielles bekommen hat. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Oh Mann, Mann. Okay, ich setze jetzt wieder meine Feigen. Ah! Lass mich doch in Ruhe. Chuchu? Oh. Dieser eine Pixel, der mich da gerade noch von der Explosion erwischt hat. Sowas Blödes. So, okay, das tut ihm weh. Und dann mache ich es mal wieder auf die Feigeart, weil es einfach ein bisschen schneller geht. Und da habe ich wieder nicht aufgepasst. So, jetzt müsste ich... Oh, ich kann dich doch nicht schnipsen. Komm schon, Chuchu. Irgendwie ist das ein bisschen... Oh, doch, die Chuchu wirkt gerade nicht. Wieso bin ich denn so blöd und laufe die ganze Zeit in die Explosion rein? Wo bin ich denn mit meinen Augen? Komm her, MR, ich helfe dir ein bisschen. Vielleicht geht das so etwas schneller. Okay, und dann ist das Teil noch sechsmal. Freude und Spannung pur. Ah ja, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, sehe ich gerade. Wie lange spiele ich denn schon? Hm. Na egal. Jetzt einfach das Beste draus machen. Und wenn der nächste Augenblick kommt, wo ich mir denke, ja, hier kann man schön stoppen, dann werde ich das wahrscheinlich auch... Nein, 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 tun. Ah, ich habe mich ein bisschen selbst gerettet und bin nicht an die Wand aufgeschlagen. Wenn das mal immer passieren würde, das wäre echt gut. Nie da! Oh, war doch noch nicht down. Aber jetzt. Gut. So. Okay. Mann, ich war doch schon auf dem Weg, mich zu retten. Na egal. Die paar leben. Hä? Hallo? Gerade wieder aufgetaucht, schon wieder tot gewesen. Und down. Okay, jetzt möchte ich aber weg hier. Die IQ-Attacke. Die Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht, wie immer. In Ordnung. Lass uns zu Knuckles gehen. Los, los. Hm. Sieges-Melodie, aber dann ist nicht mal was Interessantes noch passiert. Egal. Wir werden mal ein bisschen was an unseren Skates tun. Denn wir haben ja eine neue Karte von Shadow bekommen. Und eventuell können wir die sogar ausrüsten. Wir müssen nur gucken, wie viel sie verbraucht. Und wo sie ist. Okay, hier ist sie. Der Shadow Eagle. Ja, das dürfte. Cool. Da bleibt sogar noch einiges über. Nett. Okay, und du bist die Aim-Attacke. Ja, schön. Und wie ging die Aim-Attacke nochmal? Aim-Attack nochmal? Hm. Ach, wir werden es schon irgendwie herausfinden. Na dann, ab zum Holy Summit. Schiege Musik. Mal gucken, sind wir hier richtig? Hey, M.R., wie geht's? Ach, du willst wohl nicht mit mir sprechen, was? Knuckles, wir haben gerade keine Zeit für sowas. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wieso, du Kleiner? Du Kleiner, du Kleiner. Du Kleiner, du Kleiner. Hey, hör auf, M.R. Oh, toll. Jetzt haben wir Knuckles unnötigerweise provoziert. Und ich habe mir die falschen Attacken eingestellt, weil ich geistig noch auf... ...hier auf Tales eingestellt war. Das war doch gerade etwas, das zu Shadow gehörte. Ah, ich kann so nicht spielen. Toll, was bei M.R. einigermaßen gut aussah, weil ich mit Tales gespielt habe, ist derzeit noch gar nicht so weit. Das ist nur die Förderattacke von Sonic gewesen und... Ah, ich kann es endlich wechseln. Hm. Okay, da ist... Hat er ja noch nichts drauf eingestellt? War schön. Ich habe keine Ahnung, was ich mit M.R. wählen soll. Oh, oh. Oh, du Knuckles. Jetzt hör doch auf, mich zu blocken. Na toll. Ein langer Kampf voller Langeweile. Dann ein bisschen Training bekommen wir wenigstens dadurch. Noch mal getroffen. Ach ja. Es nähern sich ja bald die Osterferien. Ich freue mich schon richtig doll auf sie, denn da kann ich endlich ein bisschen sehr entspannen. Hat mich so viel Schulkram im Hinterkopf und kann endlich auch mal probieren, die Projekte so weit im Voraus aufzunehmen, dass ich mit was Neuem starten kann, was ich mir schon ausgeguckt hatte. Und... Ey, man hört es ja doch nicht so schnell. Und wie gesagt, habe ich auch schon meinen Grabber ausprobiert. Ich werde dann mal schauen, ob ich es eventuell sogar schaffe. Ey, ich bin doch gerade weggegangen. Mann. Dass ich dann mit einem Gamecube-Titel von Sonic anfange. Ich kann aber nicht versprechen, ob das klappt. Müssen wir einfach mal schauen. Ich kann aber schon mal vorweg sagen, dass wenn es klappt, ich mit Sonic Adventure anfangen werde. Also Sonic Adventure DX, die Dreamcast-Version, habe ich ja nicht. Und dann hoffentlich mal ein paar Charaktere nochmal mit aufarbeiten kann, die bisher etwas unbekannter geblieben sind. Beziehungsweise was ihre Art und ihr Charakter und ihre Story und Vergangenheit und alles angeht. Meine Güte. Stell dich doch nicht so blöd hin. Na los, das klappt doch. Ich bin mir sicher, ihr beziehungsweise du kannst das im Erl. Du kriegst ihn schon noch down. Und danach muss ich unbedingt die Aufnahme stoppen. Das ist... Entweder muss ich es schon wieder in zwei Aufnahmen splitten, weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde spiele, dann geht das gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe auch wieder überhaupt kein Indiz. Ich weiß nur, dass ich seit dem letzten Mal auf die Uhr schauen wieder sieben Minuten draufgespielt habe. Gar nicht gut. Also komm, Knuckles. Geh bitte schnell drauf. Okay, nur noch dreimal. Ein Hähnchen nur noch. Nein, ich bin an der Wand. Das ist nicht gut. Ah, ich habe ihn aber gut erwischt. So, jetzt tu mir den Gefallen und geh auch gleich wieder. Puh. Um ein Haar hätte mich diese Faust erwischt. Jetzt ist die Frage. Oh toll. Meine schöne Energieleiste verschwendet, nur weil ein L auf dem Ding noch keine Attacke hat. Das ist so traurig. Spezialkarten also bitte. Irgendeine Spezialfähigkeit, die ich dann auf Erd packen kann. Oh Mann, der hat sich aufgeladen. Gut, darüber bitte. Und noch einmal. Oh, okay, down. Okay, Naki. Auf ein letztes Mal. Los, komm her. Auf zu blocken und lass dich einfach verprügeln. Uhuhu. Und sei bitte weniger schnell und effektiv. Der meint es echt nicht gut mit mir. Also, so überhaupt nicht. So. Jetzt gönn mir doch den Sieg. Himmels Willen. Knuckles, Dash. Schnell, aber hat eine Power von 1. Sieht nicht sehr effektiv aus. Fähigkeitspunkte wurden um 1 erhöht. Nicht schlecht. Ich kann nicht richtig krummeln. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Knuckles, komm mit uns zum Emerald Beach. Sonic ist dort. Ich muss euch bei Ihnen etwas ganz Wichtiges sagen. In Ordnung, aber ich fürchte, an der Brücke erwarten uns ein paar uneingeladene Gäste. Ja, und um diese uneingeladenen Gäste werden wir uns dann später kümmern. und ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt auch ganz fix, damit der Part nicht zu extrem lang ist. Es hat mir Spaß gemacht, wieder Sonic Battle weiter zu zocken. Ich hoffe, der Tag ist mir genug Zeit, das auch noch fortzuführen, aber davon werdet ihr ohnehin nicht viel merken. Also dann, wir sehen uns in dem nächsten Part. Liebe Grüße, eure Kyoko. Cool.